freunde es ist wieder rewurstzeit also das ganze beispiel zumal jetzt wie ich mein rewurst mache hier habe ich jetzt zum beispiel eine masse da habe ich knoblauch eingemacht salz und bratwurst gewürz das ganze muss ich nehmen hier in mein wurstfüller packen richtig schön die luft raus drücken damit ich auch keine luftblasen nachher in der westen kriege ganz 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 wichtig dann sieht das ganze so aus hier habe ich den schafsdarm ja den ziehe ich auf den wurstfüller drauf hier und dann kommt er vorne dran da und dann wird hier gekorbelt ach so und dann kommt das ganze einmal raus so murdi ist jetzt schon dabei die bürste zu drehen ja klar das ist doch für uns selbst hier was soll das denn hygienisch ist das hoch drei gar nicht aber das ist mir scheißegal das ist für mich selbst ich verkaufe das ja nicht so also murdi so ist das guck mal das sind schon die fertigen